Ja, hallo und ganz herzlich willkommen hier bei mir auf dem YouTube-Kanal. Und wie ihr seht, ich habe euch mal wieder was mitgebracht. Und zwar ist es ein chinesisches Restaurant von der Firma Q-Man. Jetzt sagt er, hä, Q-Man, noch nie gehört. Vielleicht, ja doch, vielleicht kennt das ja schon der ein oder andere. Aber nur so als Einleitung, im Prinzip ist es wie Lego. Es sind die gleichen Steine. Sie haben oben natürlich eine andere Beschriftung drauf, weil Lego ist ja ein Markenname. Deswegen stehen hier andere Namen auf den Steinen. Aber im Prinzip ist Lego und Q-Man vollkommen kompatibel miteinander. Also wenn ihr Steine von Lego habt und sagt, ihr würdet gerne Steine aus diesem Set hier verwenden, um irgendwas anderes zu bauen, um das Ganze zu mischen, um kreativ zu sein, was auch immer, dann geht das. Ja, also die Firma Q-Man hier, die baut sehr gute Steine. Ich komme da gleich nochmal genauer drauf zu sprechen, aber nur mal so viel schon vorab. Die Sache mit der Klemmkraft, also wie stark hält ein Stein an dem anderen, ist hier sehr, sehr gut. Und also ich kann mich dahingehend nicht beschweren. Es gibt ein paar andere Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind beim Bauen, aber dazu komme ich dann gleich noch. Erstmal kommen wir dazu, was kriegt ihr, wenn ihr dieses Modell kauft. Ich schiebe es mal ganz kurz zur Seite. So, jetzt seht ihr noch die kleine Ampel hier an der Seite, aber wichtig. Ihr kriegt einen Karton. Den blende ich dann auch nochmal in groß ein, ja. In diesem Karton befindet sich ein anderer Karton. Und in dem sind dann sechs Tüten plus eine Anleitung. Ja, die Anleitung ist sehr schön. Sie ist in, ich glaube, 61 Bauschritten unterteilt. Ja, sind 61. Sie ist übersichtlich. Ich halte sie mal rein. Ich weiß nicht, ob die Kamera das scharf stellt. Im Prinzip, alte Bauschritte sind farblich verblasst. Sie sind nicht komplett eintönig. Sie sind so ein bisschen eben, ja, blasser dargestellt als die vorigen Bauschritte. Und, ja, gut übersichtlich. Ein bisschen problematisch bei der Anleitung. Das fängt am Anfang schon an. Moment, ich zeige es euch mal. Ganz am Anfang sieht man das zum Beispiel hier schon. Ups, das sind Aufkleber. Ihr kriegt, kleinen Kommentar, ihr kriegt ganz viele Aufkleber, wie ihr hier seht. Ich habe die jetzt ins Modell nicht geklebt. Für den Fall, dass man die Steine eben weiterverwenden soll, sollten Aufkleber vielleicht doch nicht drauf sein. Weil, Problem an der Sache ist, wenn da ein Aufkleber drauf ist, den kriegst du nicht mehr ab. Und der ist halt nur für das eine Set. Und wenn man die Sachen dann weiterverwenden will, ist das halt blöd. So, aber hier im Prinzip sieht man, man kriegt die Darstellung von einer Platte. Und da muss man dann ziemlich genau zählen, wo der Stein hin soll. Denn wenn man sich verzählt, passen nachher die Verbindungsstellen nicht mehr und die Verbindungssteine nicht mehr. Und deswegen, da muss man ein bisschen, ich sag jetzt mal, konzentriert arbeiten. Aber es ist nicht weiter so problematisch. Es ist relativ einfach. Also verbauen kann man sich eigentlich nicht, bis auf eine Kleinigkeit. Dann greife ich doch nochmal zur Anleitung. Im Bauschritt, ich gucke gerade nach, wo der war. Hier hinten ist er. Hier. Bauschritt 50. Bauschritt 50. Ich blende das, glaube ich, auch nochmal als Foto richtig ein. Baut man hier ein Schild. Und dieses Schild sagt, die Befestigungsplatte, die man da verwenden soll, soll sozusagen eine 3x1 Platte. Und darauf kommt eine 1er und eine 2x1 Platte. Und diese 1er, 1x1 Platte, die hat einen Stift nach vorne. Und dieser Stift, der passt nicht. Man muss es umdrehen. Nicht unten die 3er Platte, sondern oben die 3er Platte. Dann passt es. Am Modell gezeigt. Ups. Am Modell gezeigt. Ich hoffe, das sieht man hier. Hier oben. Hier oben. Dieses Ding. Soll im Prinzip hier eine Platte drüber sein. Ja. Und wenn man das macht, dann passen hier die Abstände nicht mehr. Die Abstände zwischen... Ah, jetzt schmeiß ich was weg. Moment. Nicht das Modell beschädigen. So. Der Abstand. Der stimmt dann nicht mehr. Ja. Also zwischen dem schwarzen und dem schwarzen und den Halterungenteilen an der Fassade passt dann nicht mehr. Also deswegen hier wirklich die 3er Platte umdrehen mit den Halterungsplatten. Dann ist alles in Ordnung. Dann hält es auch. Ansonsten ist da zu viel Spiel und die Steine ziehen auseinander. Ja. Also wie gesagt, da ist ein kleiner Fehler. Da ist wirklich ein kleiner Fehler in der Anleitung. Und das ist ganz, ganz ärgerlich. Wenn ich jetzt mal das so sagen darf. Denn sowas dürfte nicht vorkommen. Ja. Also wie gesagt, ansonsten konstruktionstechnisch in der Anleitung alles tippitopp. Muss man sagen, man verbaut sich nicht, wenn man die Platten richtig zählt. Alles in Ordnung. Wir kriegen noch in der Verpackung. Ich muss mal gucken, dass ich das irgendwie halten kann. Dann hier so ein... Ich weiß nicht, was es ist. Wahrscheinlich soll man da die Teile draufstellen. Da gibt es Nummern auf diesem Straßenzug. Und wahrscheinlich sollen da die Häuser draufstehen. So unter dem Motto, das ist die Straße dann, an dem sich mehrere Sets vereinen. Und dann kann man da spielen. Problem an dieser Platte ist, ich weiß nicht, ob man es sieht. Und da sieht man, sie ist nicht gerade. Gar nicht gerade. Also kurzum. Viel biegen ist es relativ stabile Pappe, die man hier hat. Da muss man wirklich viel biegen. Und ich glaube, man verwendet es nicht. Das sage ich gleich. Ich glaube, man verwendet es nicht. Ich weiß auch nicht, warum es nicht gerade ist. Bei der Innenkarton, die ich euch gezeigt habe. Der ist eigentlich fest. Man könnte eine ganz gerade Sache reinpacken und gut ist. Dann noch zum Erfreulichen. Wir kriegen ein paar Ersatzteile übrig. Fragt mich nicht, warum. Es ist ein Motorradhelm noch übrig. Ich habe auch hier ein paar Sachen weggelassen, die nicht unbedingt rein mussten. Weil, ich sage mal so, alles, was lose reingelegt wird in das Set, da komme ich vielleicht auch noch dazu, wenn ich es nicht komplett vergesse, habe ich jetzt weggelassen. Ja, also es liegt normalerweise eine Karotte drin im Waschbecken. Und man hat auch noch in einer Schüssel sozusagen eine gelbe Rundfliese reingepackt. Die hat man da reingepackt. Das soll eine Suppe mehr oder minder darstellen. Aber, ich muss was korrigieren. Die habe ich auch ausgelassen, weil, wenn ich das hier hinstelle, brauche ich es nicht. Ja, als Optik brauche ich es nicht unbedingt. Und wenn man es transportiert, läuft man halt Gefahr, dass man die Sachen dann rauswirft aus dem Modell. Aber jetzt kommen wir mal zum Modell. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren dafür da, um uns das Modell anzusehen. So, also erstens, hatte ich ja, glaube ich, schon mal in die Kamera hier gehalten. Ähm, bin mir gar nicht sicher. Wenn ich es noch nicht gemacht habe, ja. So, wir kriegen einen kleinen, ja, Kurierfahrer. Normalerweise hat der hier hinten auf der gelben Packung ein Pizzasymbol oder irgend sowas. Also kurzum, ähm, da soll ein Aufkleber eigentlich rauf. Den habe ich weggelassen. Ist halt ein Kurierfahrer, ja. Also, ist ganz niedlich. Steht auch, hat unten einen Ständer. Ähm, und fährt. Also die, die Rollen sind rollbar. Ja, also nur mal so. Er fährt, ist stabil, ja. Und ansonsten, ähm, zeige ich euch, das ist sozusagen eine Figur, die kann man auch abnehmen. Hm, wenn sie nicht hier festgeklemmt ist. Die Figuren muss man selbst zusammenbauen. Das bedeutet im Umkehrschluss, ähm, die haben... Relativ große Köpfe, wie ihr vielleicht seht. Und im Inneren, ich weiß nicht, ob man es... Ach, ob ich die nochmal auseinanderkriege. Dieser Stift, der hier so ein bisschen angedeutet ist, der geht bis zu den Beinen durch. Da ist er im Prinzip festgeklemmt. Ja, kriegt man nochmal ab. So, der ist da festgeklemmt und im Prinzip geht der dann, wird der hier so durchgesteckt durch die Figur. Und das geht relativ schwer. Braucht man relativ viel Kraft. Am Anfang mehr als jetzt beim zweiten Mal, stelle ich gerade fest. Dann kommt da die Figur, der Kopf oben rauf. Und dann Haare, beziehungsweise er hat halt einen Helm mit Aufklapp... Na, mit Aufklapparm. Visier. Alles ganz gut. Die Arme muss man selbst dranstecken. Die Händchen muss man selbst dranstecken. Ähm, ansonsten, sie sind, glaube ich, ein bisschen leichter beweglich als die Konkurrenz. Ähm, von anderen Firmen... Ich sag mal so, die Firma Kobi hat noch leichter bewegliche Figuren, das muss man sagen. Aber die haben auch ein bisschen andere Figuren noch. Ähm, wenn ich da mal ein Set vorstelle, werdet ihr das sicherlich dann auch noch verstehen. Ähm, sind schöne Figuren, äh, detailreich. Also die Gesichter sind recht hübsch gemacht. Ich, äh, denke, das sieht man jetzt hier in der Kamera nicht. Ich blende die ja nochmal ein, ja. Also, die haben auch alle unterschiedliche Namen. Da müsste ich mal kurz ablesen. Die heißen Jane, Young, Nick, Greg, Millie und Jimmy. Ich weiß nicht, ob es da irgendeine Sendung oder so dazu gibt, wo das relevant ist. Ansonsten kann man sich auch schönen Selbstnamen ausdenken, wenn die Kinder kreativ sind. Es ist relativ gut zu bespielen, das ganze Ding. Es ist relativ großzügig, großflächig. Ähm, aber gut, wir kommen jetzt mal zum richtigen Set. Ja, also, ich lasse die Figuren mal hier bei mir drin stehen. Ihr seht sie ja. Wie gesagt, ich habe sie dann ja auch nochmal als Bild garantiert jetzt schon eingefügt in das Video. Ähm, ich sage mal so, ich kriege das jetzt hier aufgrund der Aufnahme nicht so gut hin. Ich blende wieder Bilder ein. Ich denke, das ist ganz gut, ähm, dass ihr seht, wovon ich spreche. Ja, also, es gibt sozusagen mehrere, mehrere Punkte hier in diesem wunderschönen Set. Also, ähm, es macht verdammt viel Spaß aufzubauen. Es ist interessanterweise leichter gewesen, als ich gedacht habe. Was bedeutet, ähm, es sind wenige Schritte, also wenige Bauschritte pro Punkt, die sich dann hervorragend in die Sache einfügen. Und es sind teilweise sehr große Flächen verbaut. Also, äh, große Steine. Ja, anders als bei Lego, wo man ja im Prinzip mittlerweile 1x1 Platten hintereinander, äh, verknüppelt, damit man, ähm, den Eindruck hat, viele Steine verbaut zu haben. Ja, also, hier sind drin, Moment. Und, 796 Teile. So, damit man mal die Menge wisst. 796 Teile sind in diesem Set verbaut. Davon sind viele lange, große Steine drin. Ja, also, es kann sein, dass mir hier das eine oder andere Teil beim Drehen gleich entgegenkommt, wie zum Beispiel die Laterne. Ich mache sie mal kurz ab, weil ich fand die, die Art der Laterne, hier, ich weiß nicht, ob man das gerade so schön sieht. Ja, ja, jetzt sieht man es. Die sieht cool aus, weil sie haben da so eine, ähm, 1er Teile drauf. Mit Zacken. Ja, also, ihr seht hier so diese, diese 1, 1x1er mit vorne Blende. Und wenn man die dann auf diese zweigeteilten Teile und rote und grüne Pins vorne rauf packt, herrlich. Ja, also, es kommt wirklich die Optik einer, ähm, einer, einer Ampel bei raus. Und hier unten haben sie halt so einen Sockel von einer Laterne rangepackt. Finde ich sehr schön. Und ihr seht, es geht auch relativ gut auseinander. Sie haben auch einen Steinetrenner bei, ja. Also, falls ihr euch verbaut, zum Hebeln und so weiter, alles perfekt. Und wie gesagt, die Sachen werden dann hier so anmontiert. So. Ähm. Beginnen wir mal. Beginnen wir. Das Erste, was mir bei diesem Set aufgefallen ist. Es hat eine riesig große Platte. Die wird nur von einer 2x2er, ne, 2x2 ist es nicht, also von einer 2er in der Breite und einer 12er oder 24 oder so. Also einer endlos lang 2er in der Breite, ähm, Schiene sozusagen ergänzt. Und dann hier oben durch die Konstruktion gehalten, ja. Also im Prinzip haben wir aber eine riesige Grundplatte, die sie da verbaut haben. Und jetzt kommt der Haken, diese Grundplatte, ich weiß nicht, ob es nicht, nicht ging anders, aber sie ist ebenfalls nicht gerade. Sie ist in sich ein wenig verzogen. Es wird besser, wenn man dann oben drauf was gebaut hat, weil das Gewicht, obwohl es nicht wirklich viel wiegt, zieht die Platte nach unten und die Sache wird ein bisschen gebogen. Aber im Prinzip ist die Platte in der Auslieferung nicht komplett gerade. Das ist mir am Anfang aufgefallen. Und das zog sich im Übrigen auch, ich drehe es jetzt schon mal um, weil wir haben hier oben auch nochmal einzelne große Platten verbaut. Und ganz oben auch nochmal eine riesige große Platte. Und das ist bei den Großplatten in dem Set immer. Die sind nicht komplett gerade. Sie werden nachher durch die... Jetzt nehme ich schon wieder was auseinander. Ähm, ich nehme den Kollegen hier mal weg mit seinem Stuhl, weil der ist in der Bauernleitung, der Stuhl ist nicht drin. Ja, der ist übrig geblieben. Ja, deswegen hatte ich den da vorne vorgesetzt. Ja, also nur mal so. Der ist eigentlich gar nicht vorgesehen. Hier vorne ist sozusagen nur ein Drive-In. Gehen Sie ran, kaufen Sie, gehen Sie weg. Und da ja hier aber so ein Stuhl noch übrig war, kann man den theoretisch hier hinsetzen. So, sitzt gerade mit dem Rücken zu euch, aber geht. Jetzt habe ich ihn doch montiert. Na gut, also jetzt habe ich ihn doch montiert, aber wahrscheinlich würde er noch das ein oder andere Mal heute runterfallen oder von mir weggenommen werden. Es ist ja auch egal. Aber sozusagen, ähm, zu den Platten nochmal, dass die großen Platten, wie gesagt, so ein bisschen verzogen sind. Sie ziehen sich durch die Klemmkraft der anderen Steine nachher runter. Also das Gerüst, was... Jetzt nehme ich noch was ab. Ein Mini-Hydrant. Den finde ich übrigens auch niedlich. Der ist hier an der Seite. Ja, das ist wie die Laterne im Prinzip einfach nur hiergegen geklemmt, aber niedlich. So, ähm... Wir kriegen hier oben... Ich muss nur gucken, dass ich gerade kein Blützen erzähle. Nee, hier oben ist es im Prinzip nicht ganz so doll. Aber hier, also diese Ebene, der Boden, hier, der da, Der hat unten drunter ein relativ starkes, äh, Konstrukt. Also da haben sie im Prinzip unten drunter ziemlich viele Zwischenplatten gebaut, damit hier richtig Halt drunter ist. Also das ist auch stabil. Das muss ich dazu sagen. Das ist stabil. Hier oben gibt es ein bisschen nach, wenn man raufdrückt, aber es ist im Großen und Ganzen ein sehr, sehr stabiles Set. Wenn man jetzt von den Einzelteilen wie den Hydranten hier vorne, der Ampel und vielleicht auch noch dem Grünzeug, also der Verzierung mal absieht und halt meinem Stuhl, den ich da noch hingepackt habe, der gar nicht in der Anleitung drin ist, ist mir bisher nichts entgegengekommen. Also das sind so die kleineren Sachen, die eventuell beim Hochnehmen oder so abfallen. Der Rest ist verdammt stabil. Ja, also gut, hier oben sollte man das Ding nicht hochheben. Aber, doch, wenn man das mal macht, kann ich ja mal kurz zeigen. Man sieht vielleicht, das sind lange, lange Platten. Bin mir nicht sicher, ob man das wirklich sieht, aber die hier, die geht, glaube ich, von hier bis mindestens hier. Hier, das sind Achter. Achter oder Sechser sind hier teilweise verbaut. Genauso die Zierleisten oben drüber. So, wieder dran. Ja, also wie gesagt, das sind relativ lange Teile, die drin sind. Das gilt im Übrigen auch für... Ich zeige es hoffentlich, auch wenn der Hydrant mal wieder abgeht. Schlecht zu sehen, aber doch, wir sehen es. Ähm, wo ist er denn? Was sehen wir denn da? Wir sehen ihn. Hier, diese Teile sind zum Teil auch hier in der Mitte verbaut, also wo mein Finger ist. Und das sind große Viererplatten. Hohe, lange Viererplatten, wie diese Säulen hier. Die sind auch nicht durch Einzelteile gebaut. Ja, nochmal, Lego würde wahrscheinlich einmal eins Steine verwenden und übereinander stapeln. Tun die hier nicht. Die haben eine ganze durchgängige Säule, die dann nur hier oben mit einem neuen Stein versehen ist. Ja, hier, diese Sachen. Durchgängig. Die sind durchgängig, haben dann oben nur den Bogen aufgesetzt bekommen. Hier, die Seite. 2x2 von hier unten bis da oben. Ja, das ist etwas, was bei der Konstruktion ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Denn wenn man das baut, taucht dann teilweise, der Effekt auf das, besonders hier ist es mir passiert, diese, dieser eine Stein hier, der 2 relativ hoch ist, also der ist, glaube ich, 4 Steine hoch oder 6 Steine hoch, ist er, locker, 6 Steine, denke ich. Und 4er, 2er breit. 2er? 2er. 2er breit. Und wie gesagt, die Höhe weiß ich nicht so aus dem Kopf. Kann ein 4er oder ein 6er sein, weiß ich nicht so ungenau. Aber der ist ja halt durchgängig. Und der war eine relativ lange Zeit in der Bauanleitung freischwebend. Also der wird erst hier oben durch die Konstruktion, dann wird er fixiert. Und durch diese Fixierung, die ist sehr, sehr spät erst drin, wenn man nämlich das Obergeschoss baut. Also die Fixierung kommt erst durch die Platte ganz am Ende, Schritt 50 oder so ist es. Und genau bei sowas hat man diesen Effekt, da muss man aufpassen, wenn man baut und dann daneben die Steine setzt und so weiter, die Platte haute öfters ab. Genauso wie diese Säule hier. Die wurde irgendwo im 20. 30. Schritt oder sowas, wurde sie montiert und erst mit der Dachkonstruktion irgendwo nach Schritt 50 wurde sie fixiert. Also deswegen, so eine Sachen können sein, dass die im Prinzip lange, lange, lange freistehen als Einzelstein. Und da sie eine gewisse Höhe haben, hat man doch die Tendenz, wenn man nicht aufpasst, schnell ranzukommen und dann, gut, sind sie weg. Ja, und das müsst ihr wissen, wenn ihr das Ding konstruiert. Also im Sinne von, ihr müsst da ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht gegen was rankommt, was einzeln frei steht. Aber ich sag mal so, man kann es ganz schnell wieder reparieren, man kann es ganz schnell wieder ransetzen, kein Problem. Okay, das Ding hier ist klappbar, sehe ich, wollte ich nur mal kurz sagen. Also das kann man hoch und runter klappen, das sind, mit zwei klappbaren Steinen ist das befestigt. Das soll so eben das Dach sein. Hier vorne kommt eigentlich noch ein Aufkleber rauf, habe ich weggelassen. Was nicht raufkommt, sind eigentlich diese beiden gelben Steine, die hier oben drauf sind. Die sollen nicht dran sein, waren übrig, habe ich einfach mal rangeknüppelt, sagen wir es mal so. Schön finde ich übrigens auch hier diese Lampenjungs, die sie gebaut haben. Die haben sie hier auch nochmal, äh, hier, da haben sie sie auch nochmal. Daran sieht sehr hübsch aus. Die Rundungen, hier die runden Steine, die sind sehr hübsch. Auch hier haben sie hier runde, größere Steine verwendet, damit die Kante eben hübsch gemacht ist. Überall weiße, glatte Fliesen oben rüber, damit da keine Nuppen drauf sind. Ausnahme ist hier, da an der Kante bleibt eigentlich eine Nuppe übrig. Da kann man entweder eine Blume draufpacken oder wie ich noch einen übrig gebliebenen weißen Zierstein. Wie gesagt, ähm, die Pflanzen sind alles okay. Hier die, die, diese Teile hier, die angeklappten, sind eigentlich auch Winkelsteine. Die sind klappbar. Ähm, anders als bei Lego zum Beispiel, muss man bei Q-Man hier diese Klappsteine zusammensetzen. Also sind eigentlich 2x2 mit einem Scharnier an der Seite. Äh, 2x2, 2x1, Entschuldigung. 2x1 Steine, die dann zusammengeklappten Vierersteine ergeben würden mit, mit eben Scharnier an der Seite. Und, ähm, anders als bei Lego sind die hier nicht vorgefertigt. Man muss sozusagen die Teile noch zusammenklappen oder pressen. Ja, also das muss man wissen. Ähm, aber andersherum, das kriegt man hin. Das ist nicht so schlimm. Die Verzierungen hier, diese, diese Fischschwänze, die Fischhinterteile, da fällt wieder die Ampel. Ich sag ja, die wird heute noch öfters fallen, weil die, die ist so ein Einzelteil, was an der Seite einfach steht. Ähm, die sind ganz nett. Die sind hier zweimal verbaut. Die Vöglein auf dem Dach sind auch ganz süß. Hier einer, da oben einer. Kommt nochmal als, als Bild garantiert blende ich das hier ein. Ja, so, ähm, zum Innenleben. Wir haben einmal eine, eine, ja, ich sag jetzt mal einen Tisch. Der Tisch ist drehbar. Ist drehbar, wie man sieht. Ist ganz nett gemacht. Ähm, dann haben wir einen Kassenbereich. Da sollen eigentlich auch Aufkleber drauf, habe ich mir geschenkt. Hier ist eine Kasse, wenn man es genau nimmt. Und hier haben wir eine Küche. Ja, also auch ganz hübsch gemacht. Hier oben haben wir so einen kleinen Raum mit, äh, zwei Stühlen für, für Einzel, ähm, Dates oder sowas. Einen Übergang, den, den finde ich sehr hübsch mit dem grünen Zeug, was wir hier an den Seiten haben. Und hinten eben dieser Durchgang, wo ja bei mir jetzt die Figur nach draußen blickt. Und hier haben wir nochmal, äh, einen kleinen Balkon. Ja, auch mit zwei, äh, ja, also mit einem Tisch, mit zwei Gläsern drauf und diesen gefüllten Windbeutel oder was die da immer haben in China oder Japan oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, achso, bevor ich es vergesse. Hier ist ein Suppenteller. Wie gesagt, da wird normalerweise, ähm, eine gelbe, runde Platte, eine Flache reingelegt. Das soll eine Suppe simulieren. Die habe ich weggelassen. Und hier hinten in der Küche gibt es irgendwo eine Spüle. Ich weiß nicht, ob man die jetzt sieht. Wie gesagt, auf dem Bild kann man die wahrscheinlich erahnen. Die ist ziemlich weit vorne. Ähm, da haben wir, ähm, eine Karotte normalerweise drin. Die habe ich rausgenommen. Genauso wie hier ist eigentlich so ein kleiner, kleiner, ähm, ja, Schrank. Und in dem soll noch Besteck drin sein. Den hat, das habe ich jetzt auch nicht reingepackt, ja. Also, ja. Äh, zur Funktionalität. Wie gesagt, der Tisch hier ist drehbar. Irgendwas ist runtergefallen. Ich habe auch, ich habe es gefunden. So, es war ein Grünzeug. Vorne ein Grünzeug. Wie gesagt, das kann passieren, wenn man da nicht aufpasst und einfach nur, ähm, hin und her dreht. Weil das Problem an dem Ding ist, ähm, es ist, ähm, da vorne im Prinzip lose, ne. Es sind ja, auf einzelnen Nuppen ist das Ganze befestigt, so. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, also im Prinzip der Tisch hier ist drehbar. Das, das wollte ich sagen. Das, äh, ist das eine. Das ist sozusagen das, was man hier bespielen kann. Man kann hier noch ein Fenster aufmachen. Eine Tür kann man aufmachen. Man kann die Seitentür hier öffnen. Es gibt noch eine Tür hier oben, die auch aufmachbar ist. So, zur Bespielbarkeit. Da haben wir es auch nochmal. Ähm, und als letztes. Ich glaube, wenn ich da rankomme, wenn man es vielleicht hinter der Figur dann sieht, die Fenster sind, äh, hier aufmachbar. Ich glaube, mehr ist nicht beweglich in dem Set. Ja, also wenn man jetzt nicht die Blumen hier, ähm, hin und her dreht oder wie ich wieder mal den Hydranten, äh, umkippen lasse, kann man hier nicht mehr machen. Genauso auf dem Dach. Muss ich mal gucken, dass ich es hinkriege. Hier oben. Da ist ja angedeutet sowas wie eine Platte, die man hin und her schieben kann. Ja, aber die ist fest. Die besteht aus, äh, Steinen. Die ist nicht verschiebbar. Die ist nicht klappbar. Die wird einfach nur angenuppt. Ähm, kann man nichts machen. Ja, hier ist nichts drehbar in den Ventilatoren, etc. pp. Also kurz auf, die Bespielbarkeit ist zwar gegeben, aber sie ist, ähm, reduzierter, sagen wir es mal so. Man hat aber Platz. Ja, also man kann mit den Figürchen halt in dem Ding spielen, wobei die Figuren durch die großen Köpfe und Haarteile nehmen relativ viel Platz eben ein. Und wenn man die dann eben, weiß ich, ähm, hier oben so reinstellt oder so, dann sieht man schon, das ist relativ voll. Ja, so als Beispiel. Und an den Tischen und so weiter sich setzen, ist auch ein bisschen kompliziert. Die Abstände sind sehr, sehr eng. Da muss man im Prinzip die Tische einmal rausnehmen oder die Stühle einmal rausnehmen und dann kann man da auch was machen. Man kommt auch nicht gut hier in den Laden rein, um die Figuren da vorzustellen, etc. Also es ist alles ein bisschen eng, wenn er mich fragt, aber dafür ist es sehr hübsch, sehr detailliert. Ähm, und ich kann mir vorstellen, Kinder stört es nicht, dass es so eng ist, weil die haben ja, wie ich ja schon mal gesagt habe, relativ kleine Hände. Also sind ja kleiner als meine riesen Patschehändchen. Und, ähm, die können damit sicherlich viel besser umgehen und das auch wesentlich besser bespielen. Denn ansonsten nimmt man es halt auseinander und, ähm, ich sag jetzt mal, oder spielt davor oder dahinter. Es ist ja Platz, es ist ja ein offenes Gebäude. Dann kann man auch hier hinten eben mit den Figürchen spielen, wenn man das möchte. Ähm, ich sag's jetzt mal ganz grob. Im Vergleich zu manchem Lego-Set ist es, glaube ich, wesentlich besser für Kinder geeignet. Ähm, und die können hiermit wesentlich mehr anfangen. Es ist auch baubarer für Kinder, wenn man mich fragt. Es hat nicht so viele kleine Einzelteile, es hat viele große Einzelteile. Äh, man braucht aufgrund der Menge der Teile schon einige Zeit, um es zusammenzusetzen. Ja, danach ist es aber stabil, wie gesagt. Schön finde ich hier die Glasfassaden, die in dem Ding verbaut sind. Und genauso hier in, äh, hier vorne sind, sind Glasteile drin. Also deswegen, diese ganzen durchsichtigen, es ist mal wieder der Hildrand, ähm, diese ganzen durchsichtigen Teile, die ich hier habe, die habe ich jetzt bei den Lego-Sets, die ich in letzter Zeit gesehen habe, stark vermisst. Das hat mich mehr an meine Kindheit erinnert, als ich das hier zusammengebaut habe, als, äh, wie gesagt, manches Lego-Set. Weil hier so eine durchsichtigen Teile und so weiter, das gab es früher wesentlich mehr. Äh, und früher, da reden wir halt so vor, naja, 30 bis 25 Jahren oder so, ne? Bin ja auch nicht mehr der Jüngste, leider. Also deswegen, ähm, wie gesagt, ich muss sagen, es hat mich sehr an meine Kindheit, das Zusammensetzen hier erinnert. Ähm, natürlich ist es detailreicher geworden, hier mit den Bäumen und, und auch hier mit den Fliesen, mit der Verzierung und so weiter. Also die, dieser Baum übrigens, der sieht cool aus, den sie da gemacht haben. Und da das Moos auf dem Dach, auch wirklich schön. Ähm, aber wie gesagt, es erinnerte mehr an so ein klassisches Modell von früher und das kann man auch wesentlich besser bespielen. Und sowas kann man dann auch, ähm, wesentlich besser weiterverwenden, ja? Also die Teile als Teile haben, wie gesagt, eine sehr gute Qualität. Ähm, wenn man jetzt von diesen leichten Verzugserscheinungen der Platten mal absieht, äh, und dem einen Baufehler, wie gesagt, hier mit dem Abstand. Und das ist aber einfach korrigierbar. Wie gesagt, also hier die, die beiden Platten einfach umtauschen, hier die in der Baureihenfolge und umdrehen sozusagen und fertig ist. Und manchmal haben auch die, manchmal, manchmal haben auch die, die, die Lego-Sets halt auch, ja, Fehler in der Anleitung. Äh, wie zum Beispiel im großen Piratenschiff, wo gesagt wird, wenn man die Kanonen zusammenbaut, dass man zwei Tonnen hat, wo man die Kanonenkugeln reinpacken kann, ist es nur eine mitgeliefert. Auch nach Teile-Liste ist es nur eine dabei. Hier dagegen, alle Teile dabei, alles da, alles, was man braucht, sogar teilweise mehr als das, was man braucht. Auch, siehe Kollegen, der da hinten sitzt, auf dem Stuhl, ne, mehr als man braucht, ähm, und deswegen, also ein wunderschönes Set, Dinger hier oben. Kann man übrigens leicht biegen, ja, sie sind fest, die sind verdammt fest hier eingebaut, aber sie sind nicht, nicht so fest, dass man sie nicht ausrichten kann, mal so kurz gesagt. Ja, ähm, sieht auch schön aus, wenn man sich das hinstellt, ähm, natürlich, man muss auf die Figuren jetzt hier, hier stehen, ne, also, man muss halt das mit den, äh, großen Augen und, und, und großen Köpfen sozusagen mögen, aber wenn man damit klarkommt, kriegt man sehr, sehr gute Qualität, sehr angenehme Qualität, sagen wir es mal so, sehr haltbare Qualität, wenn ich das sagen darf, sehr stabile Qualität, ähm, und passende Qualität. Also, ich sag mal so, die, gut, die, die Abstände von den Steinen und so weiter, deswegen sage ich, hat mich ein bisschen an so ein klassisches Lego-Set erinnert, äh, ist nicht ganz so fein gearbeitet wie bei Lego, die haben, glaube ich, ein bisschen bessere Spaltmaße und alles. Aber, ist es in Ordnung, ja, also, als Spielset in Ordnung, als Hingucker in Ordnung, wie gesagt, wenn man das in der Art mag, die Details sind schön, die Verzierungen sind hübsch, ähm, ich kann nicht, äh, irgendwas sagen, dass mir was nicht gefallen hat. Das, was es als kleinen Kritikpunkt gab, wie gesagt, die Platte, dass die nicht ganz gerade ist oder, ähm, dass hier die Bauanleitung ein bisschen falsch war, das sind marginale Dinge, ja, ganz marginal und, ähm, wie gesagt, hier mit der Platte, das, das hat sich im Prinzip geregelt, nachdem man dann hier auch ein Gewicht draufgepackt hat, ja, dann drückt das eben doch ein wenig runter und alles ist gut. Schön, wie gesagt, es sind so eine Gimmicks wie ein drehender Tisch, ja, äh, dass der Drehbar ist, ähm, auch niedlich, muss ich mal kurz noch sagen, da, da sitzt eine kleine Katze auf der, auf der, auf dem Tresen bei der Kasse, ähm, die ganze Küche ist niedlich eingerichtet, dass sie da eine Spüle simuliert haben, ein Herz simuliert haben, äh, also, alles sowas ist alles ganz toll, ähm, wie gesagt, aufbaumäßig relativ einfach, man muss nur darauf achten, dass nicht die Teile wegkippen, weil sie eben noch nicht fixiert sind, aber auch das ist nicht wirklich weltbewegend. Und in der Bauanleitung alles klar erkennlich, wenn man die, äh, Noppen teilweise abzählt, ähm, da, wie, da ist wirklich nur als Kritikpunkt zu sagen, da hätten sie teilweise so ein bisschen die Abstände sagen können, denn, was die Anleitung noch sehr gut macht, ist, ähm, wenn man so lange Platten hat, da steht dann sozusagen immer, ähm, die, die Noppenzahl, ja, da steht dann einmal zwölf, da weiß man, man muss in der Anleitung nicht nachzählen, da weiß man, die meinen die Zwölfer und dann guckt man eben, wo ist die Zwölfer und die zählt man zur Not nach, deswegen sage ich ja, das hätten sie dann auch bei den Abständen auf der Platte machen können. Das sind aber, das ist Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, das ist schon ein super, super Set und, ähm, ja, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick dazu gegeben, ich hoffe, ihr habt jetzt, ähm, euch eine kleine Meinung bilden können. Ich habe noch, wie gesagt, während des Videos ja wieder so ein paar, ähm, ja, Bilder reingeschnitten, damit da auch euch einen Eindruck machen könnt, ähm, ja, wenn ihr es euch besorgen wollt, macht es, wenn ihr daraus, äh, was ein Nettes basteln wollt, was nicht nach der Bauanleitung ist, macht auch das, wie gesagt, ich denke, die Teile kann man sehr gut verwenden, wenn nicht in diesem Set dann eben auch in einem anderen, sie haben eine sehr schöne Farbe teilweise, so die Sandfarben hier, das, also wirklich, wirklich wunderschöne Farben, ähm, mir ist jetzt auch nicht wirklich aufgefallen, dass die Steine untereinander andere Farben plötzlich haben, also das ist auch halbwegs erträglich, so ein bisschen bei den Weißplatten, da hat man das manchmal, dass man denkt, okay, die eine ist ein bisschen dunkler als die andere, aber das ist auch ganz marginal, das sind, ähm, ich sag jetzt mal Fertigungs, ja, ähm, Differenzen oder ganz, ganz leichte Dinge, die sozusagen bei der Fertigung eben passieren, also deswegen, da kann man ohne Probleme mit leben. Ja, so, das war's jetzt, war von mir, ich danke euch, wie gesagt, fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hab Spaß mit dem Set, ich hatte Spaß beim Aufbau mit dem Set, ja, und ich danke euch fürs Zusehen und dann bis demnächst mal wieder, vielleicht mit was Neuem, was gebastelt worden ist. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Bis dahin, mach's! Nein, mach's! Vielen Dank.